Also wenn es zu heftig wird, große Ausschreitungen, Demonstrationen, Fußballspiele, wo Bewurf ist, der Hund hat keinen Helm, der Hund kann sich nicht wehren, dann nehme ich den Hund dann raus. Wir sind ein Team. Wenn ich angegriffen werde, verteidige mich der Hund. Wird der Hund angegriffen, verteidige ich meinen Hund. Mein Name ist Markus Weiß. Ich bin 51 Jahre alt, Polizeibeamter aus Osnabrück. Ich bin Hundeführer seit sieben Jahren. Insgesamt bei der Polizei bin ich dieses Jahr 34 Jahre alt. Obwohl er mir nicht gehört, ist es mein Hund. Der wohnt bei mir zu Hause. Der kommt mit meinen Kindern und meiner Frau klar. Ich habe den jeden Tag im Dienst dabei. Ich habe den jeden Tag in der Freizeit dabei. Ich sehe den mehr als meine Familie. Wir haben Rauschgriffspürhunde, Sprengstoffspürhunde, Leichenblutspürhunde und Brandmittelspürhunde. Mein Hund ist ein Pferdenhund, das heißt, er ist in der Personensuche. Diese Hunde werden häufig in Spezialeinsätzen eingesetzt, einsatzspezifisch. Wenn das nicht so ist, machen wir Training oder wir fahren ganz normal Streife und unterstützen dann die Kollegen vom Einzellienst. Gerade im Spezialbereich Sprengstoff oder Rauschgift, da gibt es keine Maschine, die so etwas kann. Das kann nur der Hund. Das gleiche geht für die Personensuche. Das muss ein Hund machen. Das kann kein Mensch. Da kann ich einen Hubschrauber rüber schicken. Wenn der Hubschrauber die Person nicht findet, heißt es noch lange nicht, dass sie nicht da ist. Aber der Hund findet ihn doch eventuell. Also jeder Hund muss erstmal eine Diensthundprüfung absolvieren. Das heißt, der Hund muss in der Nasenarbeit, also suchen wird er ausgebildet, in der Unterordnung und im Schutzdienst. Schutzdienst ist Stellen und Verbellen. Die Hunde werden bei uns grundsätzlich positiv gearbeitet. Das heißt, der Hund kriegt, wenn er was gut macht, kriegt er ein Leckerli oder er kriegt sein Spielzeug. Macht das nicht gut, hören wir auf, gibt es nichts. Danach ist er als Schutzhund einsetzbar. Es ist wunderschön, erstmal die Abwechslung. Man arbeitet mit dem Tier, es macht Spaß, man sieht Erfolge. Man kriegt einen Hund, der eigentlich nichts kann. Der wird hier ausgebildet, man ist bei der Ausbildung dabei, man ist eigenverantwortlich dabei. Später hat man das Ergebnis und wenn man dann später einen Täter fasst oder der Hund findet eine Person oder findet Rauschgift oder Sprengstoff, dann weiß man, dass man auch selber daran beteiligt war. Und es macht eben Spaß, mit Hunden zu arbeiten. Das größte Klischee, das ist so ein bisschen fernsehabhängig, das sind so Macho-Typen, die dann irgendwo an der Hubschrauberkufe hängen, sich über brennende Häuser schleppen lassen. Der Polizeiwärmte, der knallharte Typ, der weint nicht, der händelt seine Waffe, der nimmt alleine fünf Leute fest und so ist nicht das wahre Leben. Ich bin jetzt 51 Jahre alt, das heißt, mein Hund ist jetzt sechs Jahre alt, der wird noch drei Jahre machen, dann bin ich 54, dann passt das so einigermaßen bis zur Pension, dass ich noch einen Hund führe. Viel mehr wird in meinem Leben nicht passieren. Ich werde wahrscheinlich Hundeführer bleiben. Ich werde wahrscheinlich noch einen Hundeführer bleiben.